So meine kleinen Zuckerrosinen. Herzlich willkommen zu Ball ZWEIII, meine lieben Leute! Jo, was geht hier, Uhran?! Ich kicke euch, arme Danchkojan!! Meine Pfeile werden euch alle töten! So, bist du ready, Romatra? Ich bin sowas von ready, Alter. Fass unsere Taktik zusammen. Warte, wir gehen ganz weit von allen runter, dann nehmen wir ein Auto, fahren in die Mitte der Safe Zone, gehen da in ein Haus rein und bleiben wir da. Gutes Camper Gameplay. Wir können einfach hier hin. Weißt du, da so die Gebäude abklappern, Auto finden, in die Zone fahren. Ja, das ist super. Okay, go. Ja, hier, links von uns haben jetzt auch welche aufgemacht. Oh shit, Alter, die wollen da auch hin. Wollen wir abdrehen nach rechts? Nein, wir sind eher da, wir sind eher da, wir sind eher da. Oh, ja, rechts, rechts, da ist noch ein Team. Da ist noch ein Team. Okay, ja. Voll auf die Punkte. Das ist der Vorteil, wenn man nicht übt, dann ist man auch nicht aufgeregt. Ja, dann. Okay. Eine Pistole, eine Zampel, dann wird da einer sterben direkt. Wer wird der Erste sein? Hier ist ein M16. Oh, sick, Alter, die hole ich mir. Oder willst du? Ja, ich nehme die erstmal, ich kann dir die anderen noch droppen. Crossbow. It's something, Rumatra. Also, ich würde den nehmen und dir die M16 geben. Dann komm her. Ja. Dann droppe ich die jetzt. Ich habe halt gar nichts, hier ist halt überhaupt absolut gar nichts. Nein, ist ein Toad. King Whitey Dude ist Toad von Kevin. Loy, Whitey Dude von Kevin. Ja, ja. Hier, hier, hier. Loy. Von mir aus können wir jetzt auch schon anfangen zu campen. Ja, dann lass doch noch Gatka rein. Irgendwie, achso, du willst das Auto holen. Das Auto, genau. Ich würde das Auto holen und dann bebeamen. Okay. Vielleicht können wir das, ne, wir gehen nicht für den Loot. Für den Drop. Halt, halt das Maul. Ich werde nicht nochmal für den Drop gehen. Der Drop ist vor der Tür. Soll ich hingehen? YOLO. Stufe 3. Mitnimm, beeil dich. Auf mich wird gesnipen. Auf mich wird gesnipen. Ich renne wieder zurück. Scheiße. Ich finde trotzdem, es war die richtige Entscheidung, dafür zu gehen. Ich hätte, ähm, hinter dem Drop mich verschanzen können. Hätte ich... Oh shit, Alter, habe ich mich vers... Alter, bin ich zusammengezuckt. Okay, also wir fahren nach Gatka rein. Ja. Oder, ah, ich weiß nicht, wollen wir echt in die Stadt rein. In Gatka ist sehr sicher, wer in Gatka ist ganz sicher, wer... Oh loi, hier ist ja rote Zone. Ja, da gehen wir hoch rein. Ist gerade gemoved, ne? Versteck mal die Karre. Ja, irgendwie hier so, fast perfekt. Aber stell sie so hin, dass wir direkt wegfahren können. Weil wir müssen hier schnell wieder weg, wenn wer kommt. Okay, pass auf, hier können welche drin sein. Okay. Sieht gut aus, alle Türen zu. Nice, dann können wir hier noch ein bisschen looten. Aber wir gehen nicht in die anderen Häuser rüber? Hm, ja, würde ich nicht sagen. Ja, okay. Ich meine, wir haben doch alles, was wir brauchen. Ich meine, ich habe halt wenig Muni, aber... Für zwei Spieler reicht es so. Ja. Wir müssen ja eh nur den letzten... Verstehst du meinen Punkt? Ja. Dann können wir ja neu looten von denen. So, jetzt wird schön Tee aufgesetzt, Leute. Zwölf Sekunden später. So, wie ist die Zone? Achtung. Ahaha. Wir bleiben hier. Das ist ja zu einfach, Max. Irgendwann später. Oh, ich ziehe die Brille ab, Alter. Full Triad jetzt. Aber manchmal ist da so Dreck drauf und dann... Shit, Alter. Ja, dann. Hört mir die Steps. Was denn? War das ein Schuss? Ich habe ein Glas weggestellt. Vielleicht war das das. Ah, ja. Okay, gut. 20 Minuten später. Please. Daumen drücken, Leute. Ja. Wollen wir jetzt schon mal nach Pochinki rein? Nein. Sicher? Ich glaube nicht, dass das in Pochinki endet. Aber die Leute werden erst hier hinkommen, als nach Pochinki. Ja, du meinst, wir gehen hier in so ein Haus rein in Pochinki. Genau, einfach in irgendein Haus. Lass das machen. Weil, also nur um das auch zu begründen. Die Leute kommen jetzt von außerhalb erst zu den Gebäuden wie diesem hier. Ja, ja. Bevor sie nach Pochinki reingehen. Ich fahr. Fahr einfach in die Stadt rein, platzieren uns in ein schönes Gebäude und genießen unser Leben. Amen, Akkoi. Amen, Akkoi. Guck mal, dann packe ich das hier in der Seitengastung? Ja, dann gehen wir hier direkt jetzt in das, in welches Haus und das mit nach. Ja, das hier. Hier, komm mit, komm mit, komm mit. Ich habe ein gutes. Ja, ja. Oh, jetzt höre ich aber langsam Schüsse. Okay, ich gucke nach hier raus. In die Stadt rein. Oh, ich höre ein Auto. Wenn der Schrotwinte wäre jetzt natürlich geil. Akk, das ist auch nice. Oh, ich habe ein Auto gehört. Äh, im Osten. Ja, das ist... Oh, das ist ziemlich nah. Hier im Norden. Schießen wir hier raus? Im Norden. Schießen wir hier raus? Ja, lass raus schießen, oder? Oh, ich sehe, ich sehe einen. Warte, Obacht. Ja, obwohl... Ich klaue ihn. Ich habe ihn, habe ihn, habe ihn. Nice, nice. Ein Punkt und runter. Drei Tage später. Wollen wir jetzt direkt moving? Wollen wir jetzt Auto und in das Haus rein? Oh, wir werden auf dem Weg wahrscheinlich sterben. Lass noch ein bisschen warten. Vielleicht schaffen wir es noch mit 20. Eine Stunde später. Warte, weißt du, was der Trick ist? Weißt du, wie wir das jetzt spielen? Wir tanken die Zone. Wir tanken die Zone ein bisschen, solange bis alle aus der Zone rausgekommen sind. Dann nehmen wir das Auto, dann fahren wir in die Mitte von der Zone rein, okay? Ich höre ein Auto. Zu den zwei Häusern. Lol, Alter, da wird so hart geballert. Okay, lass bei 20... Ne, bei 10 Sekunden boosten. Bei 20, weil ich will mich am Bett hochboosten. Okay. Und dann warten wir bis die Zone, die kann uns ruhig ein bisschen damagen, weil das überleben wir. Und dann fahren wir mit dem Auto. Warte, ich markiere es dir mal. Schau mal kurz auf die Karte. Ja. Wir fahren so, 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 so. Okay, lass boosten. Aber wir müssen dann halt... Boosten, 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 boosten. Jetzt lass runter. Ne, noch nicht, noch nicht, noch nicht. Ich würde die Zone echt ein bisschen mehr tanken. Aber die macht schon richtig Aua, ne? Und wenn die angekommen ist... Wir können ja aus dem... Wir können doch da vorne aus dem Fenster springen, oder? Ich habe eine Tür gehört. Jetzt, 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 jetzt. Lass hier runter springen. Da vorne aus dem Fenster raus, genau. Bitte, Max. Don't do this to me. Oh, fuck, Alter. Ja, wir müssen da direkt reinfahren. Sonst sterben wir. Oh, Gott, 3-Punkt-Bendung. Oh, mein Gott, das überleben wir halt nicht, ja. Oder? Klar, Junge. Wir fahren einfach durch, ja? Fahr, 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 fahr. Fahr, fahr, fahr. Der ist schon tot. Ist er nicht? Ich bin, ich bin ausgenockt worden. Fuck. Hab jemand... Hab end of blood, hab end of blood. Ich bin aber ausgenockt. Oh, die sind auf dem Dach. Fuck. Aber wir sind Platz. Elf, nein! Wir sind Platz, elf. Hallo, meine kleinen, schnuckligen Wattestäbchen. Und willkommen zurück zum Stahlbarschnack. Ich kann mich kaum noch daran erinnern. Ich glaube, irgendjemand beeinflusst mich durch irgendwelche Millenniumsgegenstände. Und ich habe gehört, ich habe wohl nur gekämpft. Also, Romatra hat da wohl eine Strategie entwickelt, die sehr wirksam ist. Auch wenn ich mich selber leider an nichts erinnern kann, weil ich kann da leider nichts für. Kann ich verstehen, natürlich. Aber ich hatte den Crossbow ready. Den hast du hier auf dem Rücken. Hallo, Marcel. Komm, ich hieb dich, ja? Schön schmantig rein, Butter. Komm, wir spachteln ein bisschen unsere Gesichter. Geil. Reinlunzen hier. Ja, richtig schön in die Scheide reinhieben. Ist das hier der Marsel? Ey, Dalukat. Geh weg. Was soll das? Junge, ey, du siehst aus wie so ein Technodancer, Alter. Dance mal ein bisschen. Max, halt die Fresse. Rewe, halt dein dreckiges Maul, oder ich komme nach Köln und vergass dich. Marco, sag du, boah, Köln. Ist das hier ein ernstes Game? Jetzt hau ab. Ich glaube, ja, Tourette. Macht's gut. Hey, Rewe, ich bin noch da. Bist du Single? Ich bin Single. Wie findest du meine Frisur? Welche Scheiße ist es, wen klopp ich so weg? Ich schmant dir in die Fresse. Oh, das reicht dir, Mann. Ich spachtel dir die roten Haare weg. Was seid ihr so aggressiv hier? Kevin, halt dein Maul. Wenn du nochmal on-streamier irgendwie was anstellt, es klappt. Ich ne in die Fresse. So, ich würde vorschlagen, wir gehen hierhin. Ich bin für Zark, okay? Echt? Aber ich glaube, die Idee werden wieder mehr haben, als du denkst. Gerade, weil das Flugzeug jetzt in der Nähe ist. Wollen wir dann hierhin und da oben hinfahren? Okay, aber da wären, glaube ich, auch mehrere hin. Aber wir können gucken. Wenn da halt wer hingeht, fliegen wir da hin. Raus. Ich bin so froh, dass man nicht mehr First Person der Fallschirm kriegen muss. Jo, das war richtig annoying. Also, Yasnaya sind auf jeden Fall mehrere gelandet. Alter, hier kommt echt keiner hin? Ich nehme das Auto und fahre zu dir hoch. Ich nehme dieses eine Haus mit, dann nehme ich Auto, dann fahre ich zu dir. Okay. Ohne Uzi, nice. AK, Rucksack. Oh, hier wäre ein Crossbow. Ich bin in Versuchung. Ja, ich glaube, ich nehme ein Crossbow mit. Alter, Auto haben wir auch. Das ist perfekt. Wir werden sowas von campen einfach. Ja, wir fahren einfach wieder straight rein. Lass schnell hinfahren. In die Zone schon rein? Ja. Mitte, Zone, Gebäude, rein. Ah, da fehlt sogar ein anderes Auto. Das war nicht mein Auto. Pass zu. Ja, aber sollten wir es nicht verstecken? Nee, 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 nee. Ich könnte es in die Garage fahren. Ja, 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 ja. Das ist gut, das ist gut, das ist echt schnitt. Ich hasse dich und ich hasse mich selbst auch, Alter. Das ist so dreckig, Alter. Vor allem, Alter, weißt du, in drei Zügen wenn, Junge, kann ich alles. Mach doch die Tür hier unten zu. Bist du besoffen? Ich bin... Du bist nicht fokust. Ich bin nicht fokust. Komm hoch, hoch, mein Sohn, da, wie dieses Auto da drin steht. Ready to go. Wir dürfen hier auch nicht ein Fenster oder so. Wir müssen nur auf Steps hören. Wir chillen einfach nur. Ja, aber wir sollten hier beim Treppenaufgang oder hier auf die Tür campen. So, ich bin ready. So, hier warten wir jetzt zehn Jahre. Eine abgedragene Schuld an der Gesellschaft später. Aber warte mal, ehe die hier hochkommen, wissen sie, dass wir hier sind wegen dem Auto. Sollten wir nicht lieber unten campen? Das kann spawnen, das kann spawnen da. Junge, im Haus. Deswegen sollten wir nicht lieber unten campen, wenn wir noch den Überraschungsfaktor haben. Weil hier oben sind die am Vorbereiten. Die schmeißen Granaten rein, die kommen dann nicht hoch. Lass unten campen. Das macht keinen Sinn hier oben, weil wir werden einfach ausgeräuchert. Mach die Tür zu. Junge, was ist los mit dir? Hier unten ist auch fein. Guck mal, wie schön das ist. Ja, hier unten ist auch fein. Nee, hier fühle ich mich nicht so wohl. Ja, aber oben macht es halt keinen Sinn. Warte, Zone wurde aktualisiert. Perfekt. Gut, dass wir das Haus gewählt haben. Ich fühle mich hier nicht wohl. Lass mich mal da rein, bitte. Hey, da hast du richtig die Fensterfront. Warte, soll ich das Auto hier einfach noch weiter reinfahren? Warte mal. Nein, nein, nein. Nein, mach jetzt mal keinen Sinn. Ich kann die Wolken. Warte, ich muss es andersrum drehen. Nein, nein. Achtung, Achtung, Achtung. Geh wieder rein. Geh wieder rein. Mach ein bisschen vor, dass man hinter dem Auto verstecken kann. Prost, perfekt. Das ist so die Hurensohntaktik, Alter. Vor allem, ich stelle mir so vor, die Caster sehen das so im Stream. Was machen die eigentlich da? Umatra und Heather bleibt natürlich im Haus drin. Das ist meistens eine Situation, wo sie ganz, ganz entspannt sind. Wird auch weiter geschossen, wenn ich das richtig sehe? Oh, shit. Das war aus dem Osten, oder? Nee, Nordosten. Norden. Okay, ja, vom Berg. Oh Gott, jetzt. Oh, mit K's schießen die. Jetzt können wir halt nicht mehr so leicht move, wenn die um uns herum mit K's sind. Ey, scheiße. Ich glaube, selbst wenn wir jetzt in der Zone am Rand sind, würde ich noch ein bisschen warten. Oh, hier, Steps. Rechts. Kommt durch die Tür. El Humbro, El Humbro. Nee, sie war allein, oder? Ich gehe ins andere Haus rüber. Ah, ich bin tot, ich bin ausgenockt, ich bin ausgenockt. Ich werde, ich werde, oh, ja, ja. Hand of blood. Arsch! Nee, nee, ich habe sie hier getötet, also. Nee, die war aber nicht in Zintut, ja. Nee, nee, genau. Wo ist El Humbro? Okay. Ich hätte schon Bock, die zu looten, aber safety first. Leute, ihr Peer-Biber-Bros. Hast du links den Eingang im Auge? Nee. Okay. Komplett die Becci weggemacht. Okay, El Humbro, der muss sterben. Er kommt, der Junge mal, El? Ich höre ein Auto. Halten. Komm. Nee, nicht auf einem Fleck, Romatra. Nee, nee. Sind hier auf jeden Fall. Die sind links von uns gehalten. Ja. Junge, camp woanders. Oh, ich höre Steps. Das war wer? Der war instant tot. War instant tot. Ja. Als ob, alter! Der Max! Ich bin Tine Wittler, nicht er! Ich gehe mal für den Loot, ja. Deck mich, deck mich. Ja, pass auf. Ich weiß nicht, wo ich die decken soll. So, jetzt campen, 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 campen. Was hast du? Ich habe nicht viel bekommen. Ich habe nur einen Booster bekommen. Das war perfekt für mich, was der alles hatte. Weg da, weg da, weg da, weg da. Schnell, schlichen. Es ist so hart, dreckig, Mann. Aber geil. Oh. Noll! Aus dem gelben Haus hier. Ich sehe sie. Draußen. Warte, 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 warte. Achso, rechts vorm Gebäude waren die gerade. Wenn er nochmal rauskommt, würde ich drauf schießen. Und da sitzt du? Ja, schieß drauf, schieß drauf. Ne, ne, ne. Oder? Ja, okay, jetzt siehst du was. Okay, lass wieder chillen, lass wieder chillen. Einfach nicht einmischen. Komm wieder her, Romatra. War eigentlich schon zu viel Action jetzt. Ja. Hier mit zwei Kills. Alles ist gut. Jo. Lass auf jeden Fall einmischen. Links am Haus. Ich gehe mal hoch, ich gehe mal hoch. Ja, ja, warte. Ah, fuck ey. Jetzt ist er weggerannt. Er ist auf der anderen Seite vom Haus. Boah, der ist gut. Der spielt so offensiv. Der muss gut sein. Boah, er wird abgeschossen. Lass, komm wieder runter. Komm wieder runter. Nein, nein, ich will mich da einmischen. Ich will mich da einmischen. Nein, das sind super viele Parteien, die jetzt kommen. Was? Der Kill hat sich definitiv gelohnt. Und ich weiß, wo der andere war. Mighty Melo. Das war der Dance-ist. Das war der Dance-ist. Ich habe Milchbaum. Ich habe Milchbaum. Ich wurde, ich wurde runter. Ich hack, hack, hack. Ich kann es hochkommen. Ja. Sehr schnell. Der pusht. Boah, er pusht. Fuck! Was? Wir haben's laufen noch. Und tot. Das war überall. Wir hätten weiterlaufen sollen. Sch, sch, sch. Ja. Ja. Sehr gut, Leon. Ja. So, meine salzigen Honigmelonen. Da sind wir wieder. Herzlich willkommen zurück zu Stahlbarschnack. Ja, wie war die Runde für euch? Ich habe nicht so viel mitbekommen. Ich saß in einem Haus. Ja, habe ich mitbekommen. Ging mir ähnlich und dann war ich tot. Hände auf Platz. Halt's voll. Halt's voll, Max. Halt's voll. Halt's voll. Halt's. Halt's voll, Max. 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 I can't. Wir gehen completely für die Drops. Komplettes Gegenteil zu den anderen Runden. Komplettes Gegenteil zu den anderen Runden. Ich bin dafür, dass wir hier hingehen. Dahin. Weil da offen Auto ist. Da ist offen Auto. Die meisten Leute werden in Georg. Und wir können nach Norden erstmal fahren. Genau. Na gut. Wenn wir hier nicht nach Norden fahren, dann können wir auch nur noch da fahren. Is first person, ne? Nicht erschrecken. Ja. Ich komme ziemlich gut dahinten. Siehst du schon auf der Straße ein Auto? Ich denke nicht. Ist hier weg. Alter. In Georgopol ist nur ein Team hinten bei den Häusern. Aber du siehst kein Auto, ne? Nee. Doch, rechts. Ich sehe ein Jeep. Rechts. Von dir. Wollen wir, wollen wir. Ich sehe ihn zwar nicht, aber... Doch, ich sehe ihn auch. Lass erst mal ne Pistole holen. Ja, lass erst mal ne Pistole holen. Ja, lass erst mal ne Pistole holen. Go, go, go. Dass wir irgendwie ne Waffe haben. Oh mein Gott, hier ist gar nichts in dem Haus. Loy, hier auch nicht. Ach, hier ist ein Pistole. Und Rot-Punkt-Gesir. Ich bin perfekt. Ich bin fully equipped. Okay. Hey, lol. Ich bin nichts. Scheiße. Ja, lass zum Auto und dann... Und dann rüber auf die andere Seite und dann zu Drops. Eine Pistole hätte ich schon gern. Hier oben liegt noch ne... Hier oben liegt noch ne Revolver. Ja, wir wollen... Okay, dann nehme ich den. Besser als nichts. Dann hol schon mal das Auto. Wo ist der? Auf dem Dach? Oder... Ah ne, hier unter der Treppe. Genau unter der Treppe. Dann fahren wir nach Norden. Dann fahren wir nach Norden. Im Norden werden eh die Drops kommen. Das heißt, fahren wir nach Norden. Nach, ähm... Ich glaub, Severny könntest du fahren. Severny war letztes Mal unser Tod. Ja, Severny war letztes Mal. Die vier Häuser da, die ich markiert habe. Genau, rechts. Die direkt rechts, oder? Okay, ich sehe das Flugzeug. Hat noch nicht gedroppt. Okay, das könnte halt auch uns in unser Tod sein. Komm, 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 komm. Ja, ja. Ich fahr zu dir. Geh zur Straße. Sicher, dass es noch nicht gedroppt hat? Ja. Ganz sicher. Ja. Ja. Na gut, ich sehe halt nicht überm Berg. Ja, dann lass ich überm Berg fahren. Okay. Ja, das hat immer... Ja, das hat immer... Ja, im Norden sind auf jeden Fall wenig Leute. Es hat... Es muss schon getroppt haben, weil es hat jetzt noch nicht getroppt. Okay, den drop halt nicht. Der wird schon runtergekommen. Hier ist ein Helm. Ja, ein Helm. Oh, mal vier, nice. Ich hab noch eine Weste. Ja, der ist schon runtergekommen. Egal, nehmen wir den nächsten. Jo. Red Dot, nice. Ich würd sagen, wir treiben uns hier irgendwie auf den Berg rum. Ich hab auch, äh, Benzin mit. Wollen wir zu den vier Häusern vor Sevani? Oder der nicht? Ja. Vielleicht liegt da Lucky irgendwie der Drop oder so. In der Gegend. Können wir hier vom Berg mal ein bisschen gucken. Ja. Wir können tatsächlich hier bitte raussteigen, um zu schauen. Weil noch müsste der, müsste der... Links von, äh, im Westen sind by the way Spieler. Ich glaub, ich seh ihn. Ich seh ihn. Oder? Nee, es war ein rotes Haus. Aber dahinten kommt Flugzeug. Dahinten kommt Flugzeug. Einsteigen. Nee, es war ein rotes Haus. Lass mich fahren. Ja. Oh, es rollt, lol. Guck dich mal um, bitte. Ich muss mich darauf konzentrieren. Wohin wir fahren. Ja, aber guck lieber mal, ob rechts und links irgendwie Gegner sind oder so. Da unten ist ein Fahrzeug. Da unten ist ein Fahrzeug. Wollen wir die fighten? Da fahren sind zwei Fahrzeuge. Ja, wir fighten die. Wenn wir jetzt hierhin gefahren sind, fighten wir die auch. Wir können jetzt anhalten. Jetzt schon anhalten. Oh, da. Oh, wir hätten direkt zum Drop. Scheiße. Ja, lass wegfahren. Hinter uns. Ja, lass wegfahren. Steck ein, steck ein. Ja, fahr weg. Run. Okay, schade. Wir hätten direkt zum Drop fahren sollen. Ja, ja. Ich höre ein Flugzeug. Ja. Da ist der ja. Ja. Hat noch nicht gedroppt. Oh Gott. Es kommt auch hier. Könnte sein, dass es da halt genau drüber droppt, gell? Nein, 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 nix, nix, nix. Nice, nice, nice. Wir gehen direkt drunter und suchen uns Bäume. Genau, genau. Diesmal haben wir mehr Zeit. Diesmal haben wir mehr Zeit. Ja. Und die anderen sind da vielleicht noch beschäftigt. Ja, die fighten sich. Jetzt sind wir genau drunter, jetzt sind wir genau drunter. Da kommen sie. Was? Wie das denn? Ich bin vorwider, Leon. Du musst die fighten. Ja. Oh, ich dachte ich war genau neben der Baum. Kannst du mich hochholen? Oh, ey, der kommt hier. Fuck, ich block dich fast. Hier rechts, 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 rechts. Oh, er hat ne Gehotzer. Ja. Neben uns ein anderer Orts. Da ist einer. Ja! Schon wieder, man. Ja. Leon. Alter. Leute, das waren die vom ersten Drop. Ja, schade. Na ja, dann geh ich mal rüber. Das war's. Äh, die Jungs in der Regie sind gerade am machen, was das Scoreboard angeht. Und meine Damen und Herren, der Gewinner ist Team Sandwich mit Hornisse und It's Chris. Wer hätt's gedacht. Ja. Es war uns wie immer eine ganz, ganz große Freude. Vielen Dank für das zahlreiche Erscheinen von euch. Behaltet uns im Auge. Nächstes Ball, kann ich hier auch schon mal ankündigen, ist am 16.09. Ihr öffnet jetzt euren Google-Kalender und tragt es ein. Wir bedanken uns bei unseren sympathischen Castern, Fischkopp, der eingesprungen ist. Großen Dank an unsere Partner, die uns unterstützen und das Ganze erst möglich machen. AMD und Twitch, ihr seid die Geilsten. Schön, dass ihr in uns vertraut. Und ich hoffe, euer Vertrauen wurde belohnt. Wir verabschieden uns, wir gehen jetzt noch schön anschütten. Ich hoffe, ihr macht das ähnlich, ist ja immer ein Wochenende. Und wir sehen uns am 16.09. Tschüssi! Änd guess am 17.09. ık